Bewegte Bilder, man sieht die Frauen tanzen, das ist eine ganz andere Art, eine sehr viel farbenfrohere Art als Bilder, die hier bei uns üblicherweise gemalt werden. Ich denke, das ist auch Ausdruck der Lebensfreude, die sich in diesen Bildern widerspiegelt. Wir verstehen unsere Sprachen gegenseitig nicht, aber was wir verstehen ist die Kunst. Die Kunst ist sozusagen international, die verstehen wir alle, egal ob das die optische Kunst ist in Form von Bildern, Skulpturen oder ob es die Musik ist, die wir über unsere Ohren wahrnehmen. Insofern verbindet uns alle die Kunst und deswegen sind wir auch hier heute Abend zusammengekommen.